Der Bundesgerichtshof hat sich jetzt zum ersten Mal zu einer Frage geäußert, die wohl für jeden Autofahrer schon mal relevant war. In einer Einbahnstraße darf man nur in eine Richtung fahren, das weiß jeder. Aber wie sieht es aus, wenn gerade ein Parkplatz frei wird und man ein paar Meter nach hinten fahren muss, um den anderen Autofahrer aus der Parklücke rauszulassen? Ist das erlaubt? Nein, ist es nicht. Das stellt der BGH jetzt klar. Allerdings gibt es zwei denkbare Ausnahmen. Erstens, wenn man unmittelbar rückwärts einparken will und nicht erst mehrere Meter rückwärts dafür fahren muss. Und zweitens, wenn man rückwärts aus einem Grundstück rausfahren möchte. Hast auch du ein verkehrsrechtliches Problem? Unsere Anwälte helfen dir gerne. Mehr Infos in der Caption.